Welt setzt bieten wenn ich kann die zwei Minuten werden das scheiß Ding noch halten Jo Leute willkommen zurück nach langer 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 Zeit wieder Planet Z2 zusammen mit Markus Hallo, reck mich mal Nimm Sanitäter Halt mich Hab ich noch Zeit? Ja jetzt muss ich nicht Boah jetzt hab ich umgefittet Egal seit langer Zeit haben endlich mal wieder zu zweit auf Und mal wieder mit Futur auch mal wieder was und mal Platz hat Achso habt ihr letzte Mal ja ich hab zuviel um die Ohren momentan das ist Habt ihr mal aufgenommen wieder oder? Ja Wie bitte? 11 haben wir aufgenommen Ah ok Ich weiß gar nichts mehr was auf unserem Kanal momentan so läuft weil wie gesagt ich Läuft eigentlich nur Rocket League momentan weil ich hab auch ziemlich Stress um die Ohren Schule und zu lernen alles Mögliche Ja klar bei mir ist auch privat ziemlich viel momentan und da hab ich einfach nicht die Zeit noch zu zocken leider Ich hab nicht mal mehr einen Eef Account Was? Achso Ja ich hab ihn noch aber ich hab kein Geld dafür da sind sie zocken Naja Hab schon verstanden Deswegen ist extrem assi ich mag Eef Das wissen wir Und wenn ich das nicht zocken kann also dann weißt du dass es nicht gerade zum Spaß nicht da wird Naja Glaubst du ja Ja Aber jetzt bin ich ja da jetzt können wir mal wieder weichen zocken Oh nein ich kann nicht mehr wegschmeißen Oder hier aufräumen Naja eben Ah Nein Shit Wo bist denn du? Gut Super Ja ich bin ausschuldet Nein du bist tot ich nicht ich bin vorne Ich meine ich bin auch tot neben meinem Zündkammer ran Ah der schießt auf mich der schießt auf mich der tötet mich Ja fuck Und wie viel habe ich getötet? Einen Tod 7 Thirds 1 1 ja ok das geht noch nach 5 Minuten Lieber meine Lieblingsklasse wählen Hast du ab dir mal auf dem Test Server in letzter Zeit? Ja äh Test Server Da musst du so hart updaten Ja eben mit der Ameise Habe ich ja letztes Mal die Ameisen mal gespielt gehabt Die Ameise? Ah End End Ameise Weiß ja ich weiß schon wer eine Ameise ist Aber die Sag ja ich Komm da noch nicht so ganz klar mit was man mit dem ganzen Zeug mal machen soll Ist ja jetzt 2.0 drauf Echt? Ja Aber das sind so viel Gigabyte Äh das ist Alte Das muss ich mal ausprobieren Ja wenn das Wunderland tust Ja gerne Ja probier's Ich muss doch nicht Start ich doch Download noch Alter Das neue Update für mein Handy ist so behindert Das kotzt mich so an Da kannst du nix mehr recht machen Immer die Benachrichtigung und alles musst du deaktivieren Bleib liegen Ja Ja Da haben wir was denn geworfen Erzähl gewischt Ja ich Ja sie gritt mich Ja Da hat mich keiner gritt Und da ist noch einer Shit Oh Täter hault mich Oh 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 Scheiße Egal Wir haben auf jeden Fall Ist das Alarm Ist das Alarm Alarm Ist doch Dauer aber nicht Aber Ja Was gibt's denn zu essen bei dir Markus Tu mal im Spiel so fleißig Hackbraten auf Brötchen von gestern Oh lecker 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 Alter was hat Was war das denn jetzt Das hättest du sehen müssen Ähm unsere Sandys sind zerstört worden Einer steht da noch Ja aber der steht am Arsch der Welt Ich setz biegen wenn ich kann Na die zwei Minuten werden wir das scheiß Ding noch halten können Was Wenn der eine mal aufmachen der hätte der hintere stand aber Was ist da auf dem Dach zwei Lib Eine Lib Also wenn du stirbst kannst du spawnen Ich Oder auch nicht Doch Boah habe ich grad noch Spawn biegen aus dem Dach Ich muss jetzt erstmal warten bis mein Shit regeneriert Ja Ich habe letzt mal meine ganzen äh Implantate zusammen gewürfelt bis auf Level 4 bin ich gekommen schon Weil ich so viele Implantate gehabt habe Ich weiß nicht ob wir das noch 50 Sekunden lang halten können hier unten Ja unser Sandor ist noch down Problem Problem Nein Oh wie schlecht ich bin Mama Oh mein Gott Oh mein Gott Wie geht bei Rumpeln uns jetzt Ach was Wie kommst du denn das schmale Brett Ich Ich backe 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 Kuchen Jetzt ist ein Sandor im Arsch der Welt einfach Ja Ja Das war schlecht Dann merkt man das wie ich einfach schon Oh ja sie haben mir A geflippt Seit Wochen schon kein Planet Z mehr gespielt habe Seit Monaten alter Von mir aus Monate Von mir aus Monate Von mir aus Monate Sander ist auch down Na er ist weggefahren glaube ich Weggefahren ja Du kannst doch das Bond biegen aber Wenn ich immer nach in den Tagbau ja mehr da haben wir immer Verteidigungskampf Das ist ein bisschen leichter vielleicht Gegen Terrarna Terrarna sind die Lappen deswegen Oh fuck Na FFU Alter Da ist nämlich nichts los Wir können immer noch gewinnen Ja wir können noch gewinnen Ich bin ja da Ich gewinne auch Da ist er Du bist dann gar nicht dran Nein Was war das jetzt? Zwei Leute? Ich habe vergessen Aber es sind einige Haha Super Wir haben Bewegungssensoren aufgestellt Zigeiner Spass süß Irgendwo ein Spion irgendwo Ja das sind Oh na schon wieder Alter Das sind mehrere Oh Gott Natürlich sind da mehrere Ich bin zwar durch den Teleporter durch und aber Auch die Hinterrückseite wird gedeckt Alles gedeckt Alles gedeckt Alter Ja mit Cap Oh irgendwer Oder was Gott auf dem Weg zu Ah Naja nur Spione Na guck mal jetzt drei Schuss und ich bin tot Oh Das ist völlig schlecht Das ist völlig schlecht Naja Gut Zwo acht Äh Fünf fünf Boah jetzt hätten sie ihn weggemacht Das ist wo ich oben bin Wir haben A Ja Ja Das wird jetzt einfach weg Ich krieg's nicht down Boah Five you alter Der macht fünf Schüssig mit tot Ey Wir hindern Ey Na ja ich hab ihn Na ich glaub das war ein anderer der mich gekillt hat Pfff Ich hab den nächsten Oh das sind alles Level 100 Alles so viel Ist so Lappen Ja noch ne Wie viele kommen denn noch Viele Alter Die sind ja immer noch da Ich hab jetzt sechs Akkills Du rasierst alter was da los man Du rasierst Ja ich rasiere Was für ein Hacker hast du aktiviert Oh fuck scheiß claimer Welchen hack hast du aktiviert Fünf Kills in der row Alter In der row Und ich werd gewetzt Nice Nice Jetzt bist du wieder tot Und wir gewinnen A Nice Jetzt bin ich nur noch 7,8 Ja das ist das 7,8 Hört sich doch schon mal besser Vielleicht krieg ichs nicht Vielleicht krieg ichs nicht Also krieg ichs nicht Na ich bin schon weg Das kam zu spät Da hab ich schon auf Ubi spawn gedrückt Aber wo haben die hier nen Sand die? Ich auch nicht Da kommen so viele Da muss Irgendwo im Sander was sein Ja natürlich muss da im Sander was sein Natürlich muss da im Sander was sein